Dank der großzügigen Unterstützung eines anonymen Mäzen habe ich die Entwicklungsarbeit an meinem Direkt-Granulat-Extruder wieder aufgenommen. Hier zu sehen ist Version Nummer 4, mit der ich einen großen Schritt in Richtung eines zuverlässig funktionierenden Extruders machen konnte. Sieht nach wie vor recht prototypig aus und das ist auch der Fall. Version 4 ist erstmals im Kern des Designs ein Ganz-Metall-Extruder. Wegen mangelnder Kühlung hat dieser zunächst nur sehr schlecht funktioniert, weshalb ich in diesem Video ein wenig mehr auf die nötige Temperaturverteilung in meinem Extruder-Design eingehen werde. Gefertigt habe ich die Röhre aus Messing und Edelstahl. Der untere Teil ist auf meiner Drehbank aus 10mm Rundmessing entstanden. Unten ist ein M6er Gewinde in das Material geschnitten, um Standarddüsen einschrauben zu können. Eine 6mm Bohrung geht von oben bis an das Gewinde heran. Circa 2mm tief geht ferner eine 8mm Bohrung. Diese dient als Führung für das 8mm durchmessende Edelstahlrohr des oberen Teiles. Die beiden Metalle sind hart verlötet, womit die beiden Teile bei Temperaturen unterhalb von 500 Grad Celsius dauerhaft verbunden bleiben. Am oberen Ende ist das Edelstahlröhrchen mit circa 2mm breiten und 3mm tiefen Einschnitten versehen. Diese dienen dazu, dass die Schraube das Granulat besser greifen und in den Extruder drücken kann. Auch an dieser Stelle gibt's noch Verbesserungspotenzial. Der obere Teil ist an einem Stück Kupferrohr mit einem Durchmesser von 15mm hart verlötet. Dieser Teil des Extruders muss auf Temperaturen unterhalb von 40 Grad Celsius gehalten werden. Ein erster Versuch hat den originalen 40mm Lüfter der von mir verwendeten Druckermechanik verwendet. Hat nicht geklappt, also folgte ein größerer Lüfter mit 60mm Durchmesser, der allerdings ebenfalls keine ausreichende Kühlwirkung generieren konnte. Also habe ich das Kupferrohr abgedichtet und auf Wasserkühlung umgestellt und das war der Durchbruch zu einem zuverlässig arbeitenden Extruder. Der untere Teil des Extruders muss geheizt werden. Daher habe ich, wie bei Filamentdruckern üblich, einen Alublock mit Bohrungen für den Extruder, eine Heizpatrone und den Temperatursensor versehen. Oben muss das Granulat fest, also gut gekühlt sein, damit die Schraube selbiges greifen und nach unten transportieren kann. Auf dem Weg nach unten muss der Kunststoff schmelzen, um schließlich extrudiert werden zu können. Beim Übergang von fest zu flüssig gibt es einen Bereich, in dem der Kunststoff extrem zähflüssig und dabei auch klebrig ist. Das Zeugs ist in diesem Temperaturbereich nur schwer zu verformen und klebt an dem Schraubendreher und somit in dem Extruder auch gut an den Wänden des Röhrchens oder der Förderschnecke. In dieser Phase lässt sich das Material nur mit hohem Kraftaufwand nach unten pressen. Daher sollte der Übergang von fest zu flüssig in einem möglichst kurzen Bereich der Röhre ablaufen. Unten wird geheizt, oben gekühlt, Lachs formuliert fließt also Wärme von unten nach oben. Je mehr Wärme fließt, umso stärker muss unten geheizt und oben gekühlt werden. In meinen früheren Extruder-Designs habe ich einen Glasblock als Hitzeparriere eingebaut. Das hat funktioniert, war allerdings knifflig in Sachen Nachbau, denn der Hitzefluss entscheidet darüber, ob ein Extruder funktioniert oder einfach ständig klemmen bleibt. In dem Ganzmetall-Extruder übernimmt der Edelstahl die Funktion der Hitzebarriere. Der Wärmeleitkoeffizient von Edelstahl entspricht mit circa 25 Watt pro Meter und Kelvin lediglich einem Fünftel dessen von Messing. Neben den Materialeigenschaften sind die Abmessungen von entscheidender Bedeutung. Je geringer der Querschnitt des Materials, umso weniger Wärme fließt vom heißen zum kalten Ende. Das von mir gewählte Edelstahlrohr hat eine Wandstärke von einem Millimeter und ist somit eher dickwandig zu nennen. Dünnwandigere Edelstahlröhrchen habe ich bereits bestellt. Worüber fließt noch Hitze in dem Extruder? Zuallererst natürlich über das zu extrudierende Material, also den Kunststoff. Der Wärmeleitkoeffizient von PLA entspricht lediglich einem Hundertstel von Edelstahl, dem im oberen Teil verwendeten Metall. Apropos Metall, natürlich leitet auch die Extruderschraube Wärme. Von Vorteil bei meinem Design im Vergleich zu klassischen Extrudern ist, dass der Schraubendurchmesser deutlich kleiner ausfällt als der Innendurchmesser des Röhrchens, somit bleibt ein deutlicher Spalt zwischen Schraube und Wand. Dieser Bereich ist mit Kunststoff gefüllt, der quasi als Isolator fungiert und somit den Wärmefluss über die Schraube deutlich reduziert. Ferner reicht bei klassischen Extruder-Designs die Schraube bis ganz nach unten in die Zone mit dem heißen, geschmolzenen Kunststoff. Bei meinem Design genügt es allerdings, wenn die Schraube nur ein wenig über den kalten Bereich hinaus in den Extruder eintaucht. Der Materialtransport erfolgt, indem das kalte, feste Granulat nach unten gepresst wird. Die von mir verwendeten Holzschrauben besitzen eine deutlich kleinere Steigung als herkömmliche Extruderschnecken. Somit wird pro Umdrehung weniger Material mit einer höheren Kraftwirkung transportiert, womit der Materialfluss im Prinzip feiner dosiert werden kann. Der Spalt zwischen Schraube und Extruderwand ermöglicht als zweite Funktion, dass die eingeschlossenen Luftblasen nach oben entweichen können. Apropos können, was kann der hier zu sehende Prototyp so drucken? Recht feine Bauteile mit einer Standard 0,4mm Düse drucken zu können, ist meine Zielsetzung, daher ist mein Testobjekt das Glied der Kette eines meiner Roboterfahrzeuge. Die Abmessungen betragen lediglich 27x25x12mm. Die SCL-Datei gibt's auf meinen Seiten als Download, somit könnt ihr sehen, wie klein das Bauteil ist und wie gut euer eigener Filamentdrucker den Auftrag fertigen kann. Zu sehen ist, dass kein Bauteillüfter an dem Druckkopf angebracht ist, in der momentanen Experimentierphase kommt es mir zuallererst darauf an, eine konstante Extrusion zu erzielen. Weitere Tests zeigten außerdem die Zuverlässigkeit des Extruders. Abgesehen von verstopften Düsen aufgrund von Fremdkörpern in meinem recycelten Rohmaterial funktioniert Version 4 bereits außerordentlich gut. Das Kettenglied wird hier mit einer konstanten Extrusionsweite von 0,45mm und einer Schichtstärke von 0,2mm mit einer Geschwindigkeit von durchgehend 10mm pro Sekunde gedruckt. Das ist in meiner Experimentierphase der Standard, um zu sehen, wie konstant die Extrusion verläuft. Die langsame Druckgeschwindigkeit ermöglicht außerdem, Schwachstellen beim Extrudieren zu erkennen. Mit diesen Einstellungen dauert der Druck etwa 45 Minuten. Steigern wir die Druckgeschwindigkeit bei ansonsten unveränderten Einstellungen auf 20mm pro Sekunde, indem der Framerate genannte Parameter im Druckermenü auf 200% gesetzt wird. Die von mir verwendete Druckermechanik entstammt aus den Anfangstagen des Consumer Filament Drucks, ist also alles andere als up to date. Die Mechanik klappert und der Rahmen ist alles andere als stabil. Ghosting an den Kanten und wellenförmige Oberflächen gehen ganz klar zu Lasten der allzu beweglichen Mechanik. Die Düse hoppelt teilweise über die Oberfläche, wo durch Spalter an den Wänden entstehen. Wenn die Druckgeschwindigkeit auf 30mm pro Sekunde gesetzt, werden die Effekte der schwachen Mechanik noch deutlicher, der Extruder liefert aber zumindest den nötigen Materialdurchsatz. Das trifft auch für eine Druckgeschwindigkeit von 40mm pro Sekunde zu. Schön drucken sieht anders aus, daher belassen wir es dabei, die Druckermechanik überzustrapazieren. Zum Experimentieren hat der alte Drucker aber so einige Vorteile. Die Druckparameter sind alle über das Menü justierbar, moderne Drucker bieten hier meist nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Die austauschbaren Motortreiber sind beim Rumbasteln Gold wert. Beim Treiber für den Extruder habe ich die Pins für die Schrittweite gekappt, sodass von dem Motor Halbschritte ausgeführt werden. Keine unbedingt notwendige Maßnahme, aber die Extruderschraube kann dadurch von dem alten, leistungsschwachen Mikrocontrollerboard des Druckers schneller gedreht werden. Außerdem habe ich den Transistor für das Hotend bei einem früheren Experiment zerstört, was aber dank der offen zugänglichen Hauptplatine kein großes Problem war. Ein Leistungsmosfet sorgt nun für die Kontrolle der zugeführten elektrischen Energie. Der Extruder kann mit der 12V 50W Heizpatrone auf den Maximalwert des Druckers von 260 Grad Celsius erwärmt werden, es dauert allerdings einige Minuten, bis diese Temperatur erreicht ist. Wenn ich das Extrudieren gut im Griff habe, wird zweifelsohne eine bessere Druckermechanik unumgänglich. Das hier zu sehende Kettenglied wird mit variabler Extrusionsweite gedruckt, womit der Extruder einen variablen Materialdurchsatz liefern muss. Wie schon gesehen, wird Stringing besonders bei höherem Materialdurchsatz unweigerlich zu einem nicht wegzudiskutierenden Problem. Beim Retract entwickeln Granulatextruder da so ganz eigene Problemchen. Beim Extrudieren muss eine nicht zu vernachlässigende Kraft senkrecht auf die Schraube ausgeübt werden, was dazu führt, dass sich die Mechanik verbiegt und sogar bricht, wenn die Kräfte zu groß werden. Das Verbiegen der Mechanik verdeutliche ich hier, indem die Befestigungsschrauben des Extruders gelöst wurden, weshalb sich dieser beim Extrudieren zum oberen Anschlag bewegt. Beim Retract wird die Drehrichtung der Schraube umgekehrt, wodurch die Biegung der Mechanik zuerst wieder abgebaut werden muss, bevor die Schraube angehoben und der Retract zu wirken beginnt. Dabei taucht die Schraube in den Extruder ein, wodurch zunächst mehr Material aus dem Extruder verdrängt wird, bevor schließlich der Druck im Inneren verringert wird. Bei der alles in allem nicht sonderlich stabilen Mechanik ausgedrucktem Kunststoff ist eine volle Umdrehung der Schraube nötig, um das Stringing in den Griff zu bekommen. Zu sehen ist, wie beim Retract jedes Mal beim Eintauchen der Extruderschraube ein unerwünschter Extra-Knubbel gedruckt wird. Verbessert werden kann das nicht nur durch eine stabilere, spielfreiere Mechanik, sondern auch durch ein besseres thermisches Design. Kann der Hals des Extruders verkürzt werden, so wird eine geringere vertikale Kraft zum Extrudieren benötigt und auch das Drehmoment, mit welcher die Extruderschraube bewegt wird, kann kleiner ausfallen. Mit einer geringeren Getriebeuntersetzung von bisher 5 zu 1 oder gar einem Direktantrieb kann der Retract enorm beschleunigt werden. Mehr Präzision in der Ansteuerung der Schraube führt auch zu gleichmäßigerer Extrusion, die zuallererst verwendete Kupplung hatte da noch so deutlich sichtbare Probleme... ...die mittlerweile verbessert, aber noch nicht ganz ausgebügelt sind. Es gibt also noch viel zu tun. Wer mit meiner Entwicklungsarbeit dieses und weiterer Open-Source-Maschinen finanziell unter die Arme greifen möchte, auf meinen Seiten gibt's neben weiteren Informationen zu dem Extruder-Projekt auch eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die davon schon Gebrauch gemacht haben. Wer einen ganz genauen Blick auf die Fähigkeiten von Extruder V4 in seiner jetzigen Ausbauphase werfen möchte, den circa 20-minütigen Druck des Kettengliedes gibt's als ungeschnittenes Video ganz ohne gesprochene Kommentare. Ihr dürft also selber gucke und horsche, was geht und was noch nett geht. Behaltet dabei im Hinterkopf, dass es sich um ein recht kleines Bauteil handelt, das mit recyceltem Plastik gedruckt wird, auch am Aufbereiten alter Drucke oder dem Pulverisieren von frischem Granulat arbeite ich weiter. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald! Vielen Dank , fürs Zuschauen. third Vielen Dank.